hallo und willkommen zurück zu unserem mini game bei minecraft simberbia wo wir uns eine kleinstadt hier aufbauen und wir nach dem rechten gucken müssen dass hier kein müll liegt und da müssen wir hier auch noch münzen sammeln was wir hier was finden ich weiß noch nicht wofür die münzen gut sein sollen aber wir werden schon finden oder herausfinden so gucken wie viel kohle haben wir jetzt auch noch einmal gewerbegebiet das alles ein bisschen ausgeglichen ist und das wird auch immer größer hier nicht gut die artikel habt ihr hier noch ein bisschen müll so haben wir 33k ne jetzt haben wir 46k müssen wir gerade mal gucken ob wir 75k da brauchen wir noch ein bisschen kohle für ist euch gut bist traurig warum bist du traurig die sonne scheint doch die geht es gut so lassen wir kurz da hinten gucken was es da gibt weil da hinten sehe ich nicht was können auch bis dahinten bauen das ist fettig ne also heißt es wir können noch freischalten aber dazu brauchen wir jetzt erstmal kohle da hinten geht es auch noch weiter da hinten geht es auch noch weiter ähm ähm das ist jetzt unser Part ok das ist jetzt unser Part ok ein Park ohne Müll ja begeistert ich glaube wir werden es mal ein bisschen schneller an hier ich glaube wir werden es mal ein bisschen schneller an hier auf jeden Fall warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal jetzt geh erstmal zurück guck mal an Okay. Wie heißt das? Kann ich jetzt noch hier einkaufen? Warte mal, das muss ich jetzt mal testen. Stinkbombe habe ich schon bekommen. Okay. Ein Mini-Hund. Was kann man damit machen? Kann man irgendwo frei lassen? So, jetzt fahren hier auch Autos rum. Okay. Das heißt, ich muss jetzt Münzen kaufen. Okay. Das heißt, ich muss jetzt Münzen kaufen. Okay. Aber zuerst bauen wir uns erstmal... Oh. Schau mal da. Feuerwehr. So, wir bauen jetzt hier erstmal weiter. Ach nein. Oh, ein Kraftwerk. 300. Du heiliger. Okay, wir müssen erstmal wieder sparen zum Kraftwerk. Okay, wir müssen erstmal wieder sparen zum Kraftwerk. Wir haben hier irgendwo noch Müll. Guck mal, hier haben wir doch wieder ein bisschen was. Was? Was? Wie geht's? Boah, wie fies ist denn das? Was? Soll ich gar nicht mal auf hier. Soll ich gar nicht mal auf hier. Und warum wir hier leveln können. Okay, das ist noch einer. Was? Ich glaube, das war das so. Okay, das war's 20. Was ist das halt? Was war's kostfrei? Oh, das war's kostfrei. Oh, das war's. Ich weiß nicht. Ich habe das ganze Zeit in die Zeit. Ich habe das ganze Zeit. Ich habe die Rheindan. Ich habe das, was wir haben. Ich habe das Kiefe. Ich habe das Kiefe. Ich kann mich nicht mit dem Schleim machen. Autsch. Hier ist auch Schleim. Okay. Ok Ich muss gleich mal gucken So So Was kann ich denn mit dem ganzen Schleim machen? Was kann ich denn mit dem Schleim machen? Oh, hier geht es runter. Ach, was haben wir denn hier? Ja. Kann man das nach und nach freispielen? Kann ich euch Schleimbälle geben als Ersatz? Scheintlich. Goldmünze. Ne, ich habe keine Goldmünze mehr. Ich kann leider nichts weiter bauen. Ich brauche erstmal ein Kraftwerk wieder. Ach, das ist ein Slime-Haus. Das ist okay. Was ist das? Wir verkaufen den Köpfe. Das gibt mir zwei. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, sorry. Das Auto greift mich jetzt auch an. Come on Auto. Was ist das? Was kann ich mit dem ganzen Slime machen? Ja. Ich habe jetzt schon überall einen Stack. Mal zu Hause. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. 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 Oh, genau. Ja. 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 Ja, ja. 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 ... 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 rauskriegen und dann machen wir ab da dann weiter mit der nächsten folge bis dahin